Letztenz Joachim Lambi, das ist die Frau an seiner Seite.Joachim Lambi hat bei Letztenz am Jurypult das Sagen, doch wie sieht es eigentlich im Privatleben des Jurors aus und wer ist die Frau, die privat sein Herz erweichen konnte? Joachim Lambi, harte Schale, weicher Kern? Bei Letztenz sorgt Joachim Lambi mit seiner knallharten Kritik für Aufsehen, sein Urteil wird sowohl von den Promis als auch von den Profitanzern gefürchtet. Der Grund, der RTL-Juror nimmt kein Blatt vor den Mund und äußert seine Anmerkungen mit scharfer Zunge gerade heraus. Punkt Doch steckt in dem hartwirkenden Joachim Lambi privat etwa ein sehr weicher Kern? Privat trennte sich der Juror bereits im Herbst 2018 von seiner Frau Ilona und ging anschließend eine Beziehung mit der PR-Managerin Rebecca Rosen schon ein. Für immer sollte die Liebe allerdings nicht halten, denn schon 2019 gingen die beiden bereits wieder getrennte Wege. Punkt Aufmerksamen Zuschauern fiel daraufhin auf, dass Joachim Lambi im TV auffällig oft ein besonderes Schmuckstück trug, seinen Ehering. Und tatsächlich verplapperte sich der RTL-Star laut der Münchner Abendzeitung in der Show Grill den Hänzler, in der er auffällig oft über seine Frau sprach. Punkt Joachim Lambi, Liebes-Comeback mit Ehefrau Ilona? Eine offizielle Bestätigung über ein mögliches Liebes-Comeback blieb bisher aus. Joachim Lambi hält sich mit Informationen über sein Privatleben bedeckt und erklärte 2019. Ich sage dazu nichts. Ich glaube, dass die Menschen auch für private Dinge Verständnis haben. Viele Faktoren scheinen allerdings dafür zu sprechen, dass Joachim und Ilona ihre Liebe noch eine zweite Chance gegeben haben. Gemeinsam haben die beiden eine Tochter, Katharina ist bereits erwachsen und durfte ihren Vater auch schon auf den roten Teppich begleiten. Punkt Joachim Lambi, rührende Worte von Ilona. Angeblich sollen sich Ilona und Joachim an einem heißen Sommertag in einem italienischen Restaurant in Frankfurt kennengelernt haben, 2005 folgte dann die Traumhochzeit. In einem Interview mit RTL fand Ilona rührende Worte für ihren Mann. Er hat einfach alles, was mir gefällt. Er ist sehr stark und ich kann mich bei ihm an den Schultern anlehnen. Punkt und auch letztens Kollegin Motsi Mabusa offenbarte bereits vor einiger Zeit über das Paar, sie ist ruhig, er ist Showman, offenbar eine perfekte Ergänzung.